Musik Ja moin Leute, wir melden uns hier mal kurz aus dem Proberaum mit den allerneuesten News. Im Grunde nutzen wir die Gelegenheit, weil wir das Video Equipment aufgebaut hatten sowieso, um die letzten zusätzlichen Aufnahmen für unsere Studio-Dokumentation für das Making-of des neuen Albums zu drehen. Das Beste haben wir leider nicht aufs Band gebracht. Steven ist eben einmal quer übers Schlagzeug geflogen. Können wir euch leider nicht zeigen. Ansonsten gibt es zu berichten, dass unser Cover gerade am Entstehen ist. Da arbeiten wir zusammen mit Miriam Estor, einer super Künstlerin, die sich unseres Covers angenommen hat. Da wird es sicherlich bald ein paar Details zu entdecken geben, die wir euch zeigen wollen. Außerdem haben wir vor einigen Tagen die Master-CD erhalten von Jörg Ucken aus dem Soundlodge-Studio, wo wir ja letzten Oktober, September aufgenommen haben. Und sind mittlerweile nun wirklich sehr gespannt, wie das Album einschlagen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden über alles, was passiert. Und sehen uns später. Auf Wiederhören. Musik Musik